Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein, es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Ich bin mir sicher, ich werde Dämonenjäger. Die Zeremonie soll beginnen. Gut, dann ist die Zeit nun gekommen. Ich werde alle herbeirufen. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Zusammenkunft im Schutze der Zitadelle zu feiern. Viele haben uns verlassen. Ihr Schicksal lag jenseits des Schlachtfeldes. Jedoch wird ihr tot nicht umsatz gewesen sein. Ihr seid die dunklen Krieger von Kalador. Ihr seid geboren, um euer Leben für den alten Bund herzugeben. Jedes vergossene Blut wird gerecht werden. Jede zerbrochene Mauer wird wieder errichtet werden. Denn wir haben auch hoffnungsträchtige Neulinge in unserer Mitte. Seht sie euch an, stolze Männer, voller Tatenbrang und Kraft. So frage ich euch, seid ihr bereit, den Kampf gegen die Schatten aufzunehmen? Wir sind bereit. So sei es, Speer des alten Bundes von Kalador. Vergesst nicht, ihr seid das letzte Bollwerk zwischen den Menschen und der Dunkelheit. Und nun, macht euch bereit für den Kampf. Möge das Feuer von Kalador die Schatten hinwegbrennen, dunkle Krieger von Kalador. Und du, du brauchst ein großes Schiff. Also geh zu Cain, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht und versuche ihn davon zu überzeugen, mit dir in die Schlacht zu ziehen. Du bist jetzt ein Dämonenjäger. Vielleicht hört er jetzt auf dich.